Du hörst den Jeans Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet Verkaufen ist die Kunst, den Wert deines Angebots sichtbar zu machen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute ich schon kennenlernen durfte in den letzten 20 Jahren, die ein fantastisches Produkt und fantastische Dienstleistungen entwickelt haben und auf den Markt bringen wollen, doch sie nicht verkaufen können. Sie schaffen es einfach nicht, die Umsatzzahlen zu erzielen, die es braucht, um das Produkt weiterzuentwickeln, besser zu machen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn ich mich in meinen Kompetenzen, also das Produkt zu entwickeln, total wohlfühle und zu Hause bin, doch mir eine ganz wesentliche Komponente fehlt und das ist die Kunst des Verkaufens. Wie wir uns diesem Thema nähern können, wie auch du deine Umsatzzahlen steigern kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß. Wenn auch smart, genial wert. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Das Thema Verkaufen ist eine relativ komplexe Geschichte für viele da draußen. Vielleicht auch für dich, vielleicht auch nicht, werden wir jetzt rausfinden. Ich werde das Thema Verkaufen jetzt einfach mal abstrahieren und so weit reduzieren, dass es eigentlich total einfach zu verstehen ist, was man für einen erfolgreichen Verkauf eigentlich braucht. Und das ist erstens ein Produkt. Jetzt wirst du dir denken, total banal, aber ich komme gleich noch, da machen wir gleich noch den Deep Dive. Und das andere, was wir brauchen, ist jemanden, der das Produkt verkauft. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, das bin ja ich. Aber nicht jeder ist geeignet, etwas zu verkaufen. Du musst Verkaufen tatsächlich richtig wollen und gern machen. Sonst funktioniert Verkaufen nicht. Wenn du verkaufst, weil du verkaufen musst, dann wirst du eher schlecht verkaufen. Du wirst nicht die Umsatzzahlen erwirtschaften, die du brauchst, um dein Produkt besser zu machen. Aber fangen wir beim Produkt an. Was bedeutet eigentlich ein tolles Verkaufsprodukt zu haben? Für mich ist das Produkt in zwei Ebenen zu betrachten oder aus zwei Perspektiven zu betrachten. Das eine ist die inhaltliche Ebene. Also das heißt, habe ich tatsächlich ein qualitativ hochwertiges Produkt, kann ein physisches Produkt, seine Dienstleistung sein, entwickelt oder eben nicht. Und die andere ist die formale Ebene. Kommen wir zur inhaltlichen Ebene. Stellt euch vor, wir verkaufen einen Hammer. Also so einen richtig soliden Hammer, mit dem man so einen Nagel in die Wand hauen kann. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dieser Hammer könnte aus einem soliden, weiß ich nicht, Eisenkopf bestehen und einem wirklich fest befestigten Stil, womit man dann wirklich richtig auf der Baustelle arbeiten kann. Stellt ihr vor, das Ganze wäre aus Plastik oder aus Pappe, womit unsere Kinder spielen. Das würde natürlich auf der Baustelle überhaupt keinen Sinn machen. Damit könnte man überhaupt nicht arbeiten. Ihr wollt also ein qualitativ hochwertiges Produkt und dieses Produkt muss auch das zum Ausdruck bringen. Also der Hammer muss halt auch so aussehen, als käme man damit auf einer Baustelle über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre klar. Ihr werdet jetzt immer noch denken, hey, das ist total banal. Aber jetzt schaut euch mal das Produkt an, was ihr entwickelt habt. Entspricht das den Vorstellungen anderer, nicht euren Vorstellungen, anderer, dass es ein solides Produkt darstellt? Wenn ich mich daran zurückerinnere, meine erste Applikation, mein erster Hammer, meine erste App, die wir entwickelt haben, die sah nicht wirklich cool aus. Und ich habe mich immer gewundert, warum die Leute das nicht kaufen. Ja, weil das kein solider Hammer war. Niemand hat mir abgekauft, also im wahrsten Sinne des Wortes, dass diese App tatsächlich das Problem lösen kann. Und das ist genau die Botschaft, die ich euch mit der inhaltlichen Ebene rüberbringen möchte, ist, dass das Produkt, was ihr entwickelt habt, auch für andere einen soliden Eindruck macht. Das ist im Grunde der erste Vertrauensvorschuss, den ihr bekommt, wenn ihr euer Produkt präsentiert. Wenn das einfach ein Hammer ist, wo ihr sagt, naja, der Stil ist bei uns nicht aus Holz, sondern der ist aus Plastik und oben ist dieser Eisenkopf drauf, dann ist das beim Kunden vielleicht eine Frage, kann ich damit wirklich über mehrere Jahre hin auf der Baustelle aktiv werden? Und damit habe ich die inhaltliche Ebene eben nicht erfüllt und deswegen kaufen die Menschen nicht. Das ist also ein Grund, warum Menschen nicht kaufen. Und dann kommt noch die formale Ebene. Die formale Ebene ist alles das, was diesen Hammer umgibt. Das ist die Marke, das ist die Verpackung, das ist die Kommunikation um diesen Hammer, das ist die Sprache, das Wording, die Beschreibung, all das, was ihr aufführt, um den Hammer zu präsentieren. Das ist die formale Ebene. Und wenn diese formale Ebene nicht funktioniert, dann könnt ihr das tollste Premium-Produkt entwickelt haben. Es wird nichts nutzen, weil diese Themen Inhalt und Ausdruck, also Inhalt und formaler Ausdruck, ineinander greifen müssen. Ihr könnt es euch vorstellen wie so ein Yin-Yang-Logo oder Zeichen, dass diese beiden Sachen ineinander greifen. Wenn eins davon nicht stimmt, also wenn ihr eine sensationelle Verpackung entwickelt habt, aber dieser Hammer aus Plastik ist und ihr sagt, ihr könnt das auf der Baustelle über zehn Jahre einsetzen, habt ihr keine Glaubwürdigkeit. Es funktioniert einfach nicht. Und dabei ist nicht eure Perspektive entscheidend, sondern die Perspektive eurer Kunden. So, und steigen wir mal ein bisschen tiefer in diese formale Ebene ein. Diese formale Ebene bedeutet, ihr müsst, wenn ihr Premium verkaufen wollt, wenn ihr ein funktionales Produkt verkaufen wollt, müsst ihr das auch visualisiert zum Ausdruck bringen. Ich muss es sehen können. Ich muss auf der Website, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, eine Methodik entwickelt habt, um damit ein ganz konkretes Problem zu lösen, dann könnt ihr diese Methodik zum Beispiel darstellen in Form von Grafiken oder in Form von visualisierten Bildern. Und auf der anderen Seite könnt ihr natürlich auch über eine Website das ganze Thema kommunizieren. Und wenn diese Website einfach aussieht wie 1995, dann werdet ihr die Methode nicht verkaufen, weil niemand wird euch abnehmen, dass diese Methode innovativ genug ist, dass sie in der heutigen Zeit noch funktioniert, weil die Website unterschwellig den Eindruck macht, sie ist von vor 20 Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist genau der sprengende Punkt. Inhalt und formaler Ausdruck. Das muss zusammenpassen, damit ihr in diesem Yin-Yang-Prinzip etwas habt, was authentisch nach außen beschreibt, dass es sich um ein Premium-Produkt handelt. Mit Premium meine ich, dieses Produkt hat einen tatsächlichen Nutzen. Ich rede nicht von dem Rammstein, irgendwelche Leute verkaufen, irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren, sondern ich rede wirklich von Produkten, die funktional den Wert versprechen und halten, den ihr da draußen euren Kunden gebt. So, das ist das eine. Wenn ihr dieses Problem gelöst habt, werdet ihr immer noch keinen Mehrumsatz machen, weil ihr braucht erst diese Person oder das Team, das dieses Produkt verkaufen kann. Und jetzt musst du dich fragen, ob du diese Person bist oder ob du jemanden suchen musst, der für dich den Verkauf übernimmt. Also entweder du bist in die Entwicklung und Weiterentwicklung deines Produktes so tief involviert, dass nur du das machen kannst, dann musst du dir jemanden suchen, der mit voller Leidenschaft und voller Begeisterung für dieses Produkt da draußen wirbt und dieses Produkt repräsentiert. Oder du sagst, das Thema ist abgeschlossen, die Methodik ist entwickelt, ich kann das selbst machen, ich kenne mich vielleicht mit Vertrieb nicht so gut aus, dann musst du das Thema Vertrieb lernen. Und das kann jeder lernen. Wichtig ist nur, du musst irgendwann in diesem Lernprozess diese Passion, diese Leidenschaft entwickeln, diese Begeisterung entwickeln, selbst verkaufen zu wollen und dich an den Erfolgen zu erfreuen und die Misserfolge aushalten zu können. Das ist tatsächlich ein Lernprozess, den ich machen kann. Es gibt Menschen, die sind mit Talenten dazu noch perfekt ausgestattet, weil sie sehr extrovertiert sind zum Beispiel und sich da auch gerne in der Öffentlichkeit präsentieren und sich irgendwelche Dinge einfallen lassen, da sie sehr kreativ sind. Aber grundsätzlich kann jeder das Thema Vertrieb lernen und das möchte ich dir ans Herz legen. Du musst es lernen, wenn du es nicht lernen willst oder wenn du es nicht lernen kannst, wenn du gesagt hast, hey Norm, ich lerne das jetzt schon seit fünf Jahren, es funktioniert nicht, dann ist spätestens nach fünf Jahren der Zeitpunkt erreicht, wo du dir jemanden suchen musst, der das für dich übernimmt. Nur dann kannst du den Umsatz erzielen, den du brauchst, um dein Produkt weiterzuentwickeln, besser zu machen. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause für einen wichtigen Hinweis an eigener Sache, denn ich möchte dich herzlich in die Genius Alliance University einladen. Mit der Genius Alliance University haben wir uns das Ziel gesetzt, einen partnerschaftlichen und vor allem vertrauenswürdigen Dialog zwischen Gründern, kleinen mittelständischen Unternehmen, Investoren sowie Top-Experten über die digitale Zukunft aufzubauen. Und damit in Zukunft digitale Technologien unserer Gesellschaft und Umwelt nützlich sein kann, kommt es darauf an, innovative und engagierte Unternehmer und Unternehmerinnen zu finden und zu unterstützen. Wir wollen dabei helfen, die hohen Eintrittsbarrieren zu überwinden, die durch immer komplexer werdende Technologien, fehlende Finanzmittel und mangelhafter Bildungsangebote verursacht werden. Auf der Genius Alliance University Plattform erwartet dich täglich neuer und vor allem kostenfreier Content, wie zum Beispiel die Shownotes zum Genius Alliance Podcast, Fachartikel zu den verschiedensten Themen, Ratgeber-Handouts, Präsentationen, unzählige Videos und Audios, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials, aber auch Online-Kurse wie zum Beispiel mein Online-Kurs Podcast Mastery, in dem ich die Hacks zu diesem Podcast hier verrate und teile. Und in Zukunft wird es auch Live-Streamings geben. Aber das Beste kommt noch, denn zusätzlich bieten wir dir in unseren Masterclasses den direkten Austausch mit den besten Mentoren, die wir in Deutschland haben. Also Schluss mit dem Konsum von veralteten Wissenskonserven. Du lernst von echten Menschen, die sich Zeit für dich nehmen. Registriere dich jetzt gleich kostenfrei in der Genius Alliance University oder engagiere dich als Mentor oder als Experte bzw. Expertin. Du findest uns im Internet unter university.genius-alliance.com oder du folgst einfach dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ich begrüße jeden persönlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Was viele davon abhält, zu verkaufen, sind Ängste. Das ist eigentlich der maßgebliche Punkt dafür, dass du nicht erfolgreich im Verkauf bist. Das ist zum Beispiel generell die Angst zu verkaufen, jemanden anzurufen und zu sagen, ich habe ein echt geiles Produkt und ich kann einfach nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich dir dieses Produkt nicht vorstelle, weil ich genau weiß, wie wichtig es für dich wäre. Also die Angst zu verkaufen ist so generell ein großes, großes Thema. Die Angst, dass dein Produkt nicht gut genug ist, ist eine weitere Angst, die viele, viele Leute da draußen haben, die ich zum Beispiel coache, dass sie einfach sagen, ich weiß nicht, ich kann nicht in die Öffentlichkeit gehen, ich weiß nicht, ob es da noch was Besseres gibt. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der hat noch eine bessere Methode erfunden. Aber genau darum geht es eben nicht. Es geht nicht darum, dass du das Nonplusultra erfunden hast, dass du der Erste sein musst, der das Rad erfunden hat, sondern es geht darum, dass du mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Team, mit deinem Unternehmen dich für deine Kunden einsetzt und nach bestem Wissen und Gewissen eine Methodik, ein Produkt, einen Hammer produziert hast, mit dem man über einen längeren Zeitraum wirklich qualitativ Top-Ergebnisse erzielen kann. Das muss dein Anspruch sein. Das heißt, du wirst von Haus aus ein sehr gutes Produkt entwickeln, wenn du in deiner ganzen Unternehmenskultur nicht darauf ausgerichtet bist, die schnelle Mark zu machen, wie man so schön sagt, sondern dass du wirklich sagst, du möchtest was Nachhaltiges machen. Du machst einen Podcast nicht, um reich zu werden, weil das funktioniert nicht in drei Monaten, sondern du musst einen Podcast machen, weil du einfach Bock hast, das Wissen zu teilen. Und das musst du durchhalten, das musst du beweisen, das musst du einer Community beweisen. Du musst am Ball bleiben, du musst es jeden Tag, musst du das auch deinem Team, im Innenverhältnis beweisen. Nächstes Thema, Angst vor der Öffentlichkeit, sich auch zu präsentieren. Als Verkäufer, ich sage immer, die besten Verkäufer sind die, die nicht verkaufen, sondern die repräsentieren. Sie sind das Produkt, hat man manchmal den Eindruck. Das ist so. Das ist wichtig, dass sie mit ihrer Personal Brand auch eins zu eins mit dem Produkt verwoben sind. Das ist total wichtig. Und damit natürlich in die Öffentlichkeit gehen und sich natürlich dann auch Fragen stellen müssen. Zum Beispiel von Journalisten, zum Beispiel aus der Community, zum Beispiel auch von anderen Experten in der Branche. Es gibt die Angst, den eigenen Preis zu nennen. Vielleicht hast du dich da selbst mal erwischt, wenn du in so einem Verkaufsgespräch bist, dass du so um den heißen Preis herum redest. Das heißt, du wartest und der Kunde sagt, ja, was kostet das jetzt? Und du zählst nochmal alle Vorteile auf, obwohl du jetzt die letzte halbe Stunde gemacht hast und kommst nicht auf den Preis. Und dann sagst du ihn. Und dann ist Stille. Da passiert nichts. Anstatt den Preis zu verpacken und zu sagen, die Vorteile, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe, das alles, was für Sie wirklich einen Wert darstellt, was wirklich für Sie ein Problem löst, hat den Preis von. Und damit noch nicht genug und dann packst du wie so eine Art Sandwich. Dazwischen ist der Preis, vorne und hinten packst du Argumente, verkaufst du Argumente ran. Es ist jetzt, also das jetzt noch nicht als Formel verwenden, weil so ein Verkaufsgespräch, da machen wir nochmal eine eigene Podcast-Folge zu, musst du besser strukturieren. Du musst vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste im Verkaufen, verstehen, was dein Gegenüber tatsächlich für einen Bedarf hat. Und leider machen wir sehr oft den Fehler, dass wir glauben zu wissen, was mein Gegenüber braucht, ohne Fragen zu stellen. Das heißt, die Fragestellung im Verkaufsgespräch oder generell im Verkauf ist das Wichtigste. Ein echtes Interesse für deinen Gegenüber ist das Wichtigste im Verkaufsgespräch. Also wenn du diese Fragen nicht stellst, wenn du diese Recherche nicht betreibst, wenn du dieses echte Interesse nicht entwickelst, dann wirst du nicht gut verkaufen können. Weil das ist dann wie russisches Roulette, vielleicht triffst du, aber in der Regel nicht. So sieht es aus. Und es ist natürlich die Angst vor Ablehnung. Eine große Angst. Es ist auch, muss man zugeben, es ist, je nachdem auch in welcher Zeit man unterwegs ist, stellt euch vor, ich habe 2007, 2008 gegründet. Das war Weltwirtschaftskrise. Kein Mensch gründet da eine Firma. Ich habe das gemacht, weil ich daran geglaubt habe. Und da führst du sehr viele Gespräche mit dem Ergebnis, nein, wir brauchen deine Leistung jetzt gerade nicht. Wir haben gerade keine Investition. Und das musst du aushalten. Das musst du über einen längeren Zeitraum aushalten. Und wir haben damals, 2007, 2008, große Konzerne beraten. So ein Verkaufsprozess, der geht über ein oder zwei Jahre. Klar bringt der dann eine Million Euro Umsatz, aber halt das mal durch. Ein bis zwei Jahre. Wahnsinn. Das ist, das geht an die Substanz. Das musst du erst mal, da ackerst du ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr sagt der potenzielle Kunde, oh nee, ich mache das jetzt mit jemand anderem oder ich habe mich anders entschieden oder wir haben jetzt doch kein Budget mehr. Was auch immer der Grund dafür ist. Ein halbes Jahr arbeitest du daran und dann geht das in die Binsen. So, also du musst ein dickes Fell haben. Du musst das aushalten können. Du musst dir sicher sein, dass du sagst, okay, von zehn Anrufen habe ich einen, der mir zuhört. Und vielleicht ist es der, der sogar kauft. Oder vielleicht brauchst du 20 Anrufe. Vielleicht jetzt durch Corona bedingt 50 Anrufe. Aber ich werde diese 50 Anrufe machen. Das ist übrigens auch eine schöne Methodik im Verkauf, zu sagen, es ist mir völlig egal, ob ich jetzt 10 oder 20 Absagen bekomme. Ich mache auf jeden Fall 50 Telefonate in dieser Woche. Das ist eine Challenge. Aber ich werde diese 50 Telefonate führen und danach werde ich eine Auswertung machen. Ich werde nicht die ersten 10 Telefonate auswerten, auch nicht die ersten 20 oder 30, sondern ich werde 50 Telefonate führen und danach werde ich mir die Quote anschauen. Danach werde ich schauen, wie erfolgreich war ich. Und nochmal zurück, um diesen Rahmen nochmal zu fassen. Wir haben gesagt, du brauchst ein Produkt. Und dieses Produkt muss inhaltlich wie formal funktionieren. Yin und Yang. Wenn das gegeben ist, hast du die besten Voraussetzungen, die beste Grundlage geschaffen, dass jemand, der verkaufen kann oder bereit ist, das zu lernen, es letztendlich auch zu tun. Wenn du so jemand nicht bist, wenn du dafür keine Zeit hast, wenn dich das Thema nicht interessiert, wenn du dafür keine Leidenschaft entwickeln kannst, auf jeden Fall ausprobieren, das ist immer eine gute Erfahrung, dann such dir jemanden. Such dir jemanden oder ein Team, die dein Produkt in den Markt tragen. Und dann wirst du auch den Umsatz machen, den du brauchst. Das ist das ganze Geheimnis am Vertrieb. Mehr ist es im Grunde nicht. Ich habe jetzt mal so reflektiert, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, wie so mein Werdegang war. Und alles das, was ich getan habe, womit ich mich beschäftigt habe, waren Elemente des Verkaufens. Selbst wenn ich sage, ich bin Experte für Branding und Brand Building, dann ist das Thema Marke Teil eines Verkaufsprozesses. Es ist zum Beispiel auch das, was ich meinen Kindern ans Herz lege und sage, hey, wenn ihr eine Sache wirklich lernt, dann empfehle ich euch das Thema Verkaufen. Klar kannst du das Thema digital lernen. Du kannst lernen, wie man programmiert. Das ist super. Programmierer werden auch in Zukunft gebraucht. Aber Verkaufen ist ein Universalschlüssel. Weil ich muss als Programmierer auch mich verkaufen als Arbeitskraft. Ich muss mich verkaufen in ein Projektteam herein. Ich muss mich verkaufen, wenn ich ein Unternehmen führe. Dann muss ich dieses Unternehmen genauso repräsentieren. Das heißt, ich brauche immer Verkauf. Ich brauche immer Verkauf. Und ich wundere mich, dass das in der Schule kein Schulfach ist. Wenn ich sehe, was meine Kinder lernen, damit sie sich irgendwo bei einem Unternehmen mal bewerben, dann ist das ein Lebenslauf und dann ist das ein Anschreiben. Es ist aber eine Tatsache. Ich glaube, Google ist der größte Arbeitgeber im Netz mit über 9.000 Bewerbungen pro Tag. Und die haben gesagt, es ist nicht relevant, was der Lebenslauf sagt. Es hat überhaupt keine Aussagekraft darüber, wie die Person in deinem Unternehmen integriert werden kann und wie gut die Performance dieser Person ist. Der Lebenslauf ist überhaupt nicht wichtig. Was lernen wir in der Schule? Machen Lebenslauf und was? Ein Motivierung, nee, ein, wie heißt das? Motivierung, ein Motivationsschreiben. Jetzt habe ich es. Ein Motivationsschreiben. Wie cool ist das denn bitte? Ich muss lernen. Ich muss in der Schule schon lernen, was es bedeutet, mich zu verkaufen, meine Vision zu verkaufen, meine Idee zu verkaufen, einen Investor zu pitchen. Das muss ich lernen. Und wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, muss ich genauso verkaufen lernen. Also das ist die Basis von allem. Und das Coole ist, wenn ich verkaufen kann, dann muss ich Digitalisierung nicht in den detaillierten Tiefen verstehen. Ich muss nicht verstehen, wie so ein Change-Prozess funktioniert. Ich muss nicht verstehen, wie man eine Website inhaltlich oder technisch aufbaut. Das ist nicht wichtig. Aber ich muss es verkaufen können. Ich muss das Ergebnis verkaufen können. Ich muss verkaufen können, wenn jemand so eine Website gebaut hat, warum das jetzt genau die Website ist, die dieses Unternehmen erfolgreich macht. Das muss ich verkaufen können. Und verkaufen hat viel mit Psychologie zu tun, sind unglaublich viele Komponenten. Verkaufen hat auch für mich was mit Branding zu tun. Es hat was mit Marke zu tun. Es hat was mit Personal Branding zu tun. All diese Faktoren verkaufen die ganze Zeit. Wenn ich einen Nike-Turnschuh anziehe, dann ist das ein Statement da draußen. Oder Adidas oder Puma oder wie auch immer. Dann ist das ein Statement. Und die ganze Zeit verkauft diese Brand, ohne dass irgendein Verkäufer mich anrufen muss. Mein Kumpel sieht meine Schuhe und sagt, hey, coole neue Sneaker. Wo kauft man denn die? Boom, die Marke hat verkauft. Und das wird dann unterschätzt. Und all diese Faktoren, die notwendig sind für das Thema Verkaufen, die sind zu orchestrieren. Du kannst dir nicht ein Ding raussuchen und sagen, wow, ich mache jetzt echt einen schönen Stil für diesen Hammer. Ja, das ist Bullshit. Das nützt dir gar nichts. Aber viele verlieren unfassbar viel Zeit an diesem Stil. Oder sie haben vielleicht ein minderwertiges Produkt und arbeiten die ganze Zeit an einer Verpackung. Und sagen, hey, meine Methode. Na ja, viele glauben ja und sagen, meine Methode, wow, das ist das Nonplusultra. Haben aber nie jemanden gefragt, ob diese Methode überhaupt funktioniert. Haben die nie ausprobiert. Aber sind schon dabei, die Verpackung dafür zu machen. Wenn dieser Hammer nur 10 cm groß ist, dann kann ich damit nicht ganz so viel machen auf der Baustelle. Das heißt, der funktioniert nicht. Und wenn ich die Verpackung schon um den Hammer mache und das dann in den Markt trage und sage, hey Leute, guckt mal hier, 10 Jahre lang könnt ihr auf der Baustelle mit diesem Hammer wirklich gute Arbeit verrichten. Und die Handwerker gucken sich an und sagen, hey, das Ding ist nur 10 cm hoch. Was willst du denn da für den Egel in die Wand schlagen? Ja, geht nicht. Aber so arbeiten sehr, sehr viele, leider sehr, sehr viele, dass das Produkt einfach als gegeben, gesetzt, geproofed und so weiter dahingestellt wird. Und dann arbeitet man an der Verpackung. Und dann rennt man los ohne Verkaufskompetenz und versucht, das Ding zu verkaufen. Ergebnis, die landen alle bei mir in der Beratung oder Mentoring oder in den Masterclasses und dann wollen die wissen, wie es funktioniert. Genau das ist der richtige Weg. Es ist der richtige Weg zu verstehen, bau dir ein geiles Produkt und such dir Leute, die dir dabei helfen, dieses Produkt toll zu inszenieren, wenn du das nicht selber kannst. Wenn du kein Grafikdesigner bist, dann lass bitte die Hände davon, eine Website zu bauen, einen Flyer zu entwickeln oder einen Pitch-Deck zu kreieren oder sowas. Das muss einfach mega, mega, mega aussehen. Und diesen Anspruch musst du haben. Also erhöhe deinen Standard. Das ist im Grunde die zentrale Botschaft. Genauso erhöhe deinen Standard im Verkaufen. Wenn du dir eingestehst und sagst, hey, ich habe das echt nicht hingekriegt. Ich habe jetzt schon die fünften Seminare gebucht, um besser zu verkaufen und ich verkaufe einfach nicht besser. Ja, dann kann man auch irgendwann mal dann sagen, dann bist du halt der bessere Projektentwickler oder die bessere Projektentwicklerin und dann suchst du dir jemanden, der das Ding verkaufen kann. Du kannst dir übrigens auch, so ein heißer Tipp, du kannst dir auch jemanden suchen, der das Ding für dich, wie sagt man da, der herausfindet, wie du dieses Produkt verkaufst, dir da eine Methodik gibt oder ein Konzept gibt und du es dann selber nochmal probieren kannst oder aber dann ein Team baust, die entlang dieser Methodik dein Produkt in den Markt tragen. Das ist auch eine ganz effiziente Geschichte. Aber auch das impliziert, hol dir Hilfe. Das heißt, schau dir an, welche Skills, welche Assets hast du in deinem Unternehmen, in deiner Persönlichkeit, in deinem Kompetenzportfolio, was nicht. Und da musst du schonungslos ehrlich zu dir selbst sein. Und du musst es entweder lernen wollen oder eben nicht. Und wenn du es lernen möchtest und da mir dieses Thema Verkaufen so echt wichtig ist, weil es mir einfach leid tut, dass so viele Konzepte in den Schubladen verstauben und nicht das Licht der Öffentlichkeit sehen, weil man es einfach nie verkauft hat oder nie verkaufen konnte. Deswegen habe ich eine Masterclass geplant. Geplant für nächstes Jahr, 22. Im Februar geht es los. Wir machen das drei Monate lang. In dieser Masterclass möchte ich, dass du zu dem Ergebnis kommst, entweder du hast ein geniales Produkt entwickelt mit einer genialen formalen Ausdrucksprache, also Inhalt und Ausdruck passt zusammen, das, was ich gerade erzählt habe, und du bist selbst in der Lage oder kennst jemanden, der das Produkt verkauft. Das möchte ich mit dir schaffen, dass du in dieser Masterclass lernst, und ob du das bereits hast, wenn ja, wie kann man das Ganze noch verbessern, wenn nein, dass wir dir da Hilfe besorgen, dass du dein Produkt, deine Company, deine Dienstleistung in den Markt kommuniziert kriegst und verkauft kriegst. Ich habe gerade gesagt, diese Masterclass ist geplant. Ich habe immer wieder Anfragen, wann machst du mal was zum Thema Verkaufen? Ich habe immer wieder Podcast-Folgen dazu gemacht. In meinem 1 zu 1 Coaching ist das Thema immer, hat das immer was mit Verkaufen zu tun. Aber diese Masterclass verdichtet nochmal dieses ganze Thema auf entscheidende Weise, wo es wirklich nur darum geht. Also der Fokus ist nur darauf. Da geht es nicht nur um Branding oder nur um das ganze Thema Startups, sondern es geht wirklich um das Thema Verkaufen. Also diese Lupe ausrichten auf diesen einen Engpass, den sehr, sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen haben. Und ich mache diese Masterclass, wenn genug Leute dazukommen oder wenn genug Leute zusammenkommen. Also schaut euch das gerne mal an. Wir packen den Link in die Show Notes dieser Podcast-Folge. Sorry, dass das heute hier so lange gedauert hat, aber ihr merkt schon, das ist für mich echt so ein wichtiges Thema. Wir müssen es schaffen, dass diese tollen Produkte, die ihr da entwickelt habt oder gerade dabei seid, diese zu entwickeln, dass diese auch es schaffen, in den Markt zu kommen. Dass wir einfach dort mehr von euch unterstützen, das zu schaffen. Also die Masterclass heißt Genius Angel und da geht es um das Thema Verkaufen und wir rekrutieren auch aus dieser Masterclass, zumindest ist das mein Ziel, Leute, die vielleicht verkaufen lernen wollen, also die jetzt kein eigenes Produkt haben oder ein eigenes Unternehmen haben, die aber verkaufen lernen wollen oder schon Top-Verkäufer sind und ihre Skills einfach nochmal so auf den, so ein Upgrade holen, rekrutieren wir aus dieser Masterclass Leute, die für uns in der Genius Alliance University auch im Vertrieb arbeiten wollen, die also zum Team dazugehören wollen. Deswegen haben wir es genannt Genius Angels oder Genius Angel Masterclass. Also, wenn du Lust hast, gerne in den Show Notes nachschauen, da findest du den Link. Ansonsten hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dich so weit boostet, dass deine Verkaufszahlen nach oben schnellen. Wenn du dazu Fragen hast, komm gerne in die Genius Alliance University und dort stellst du einfach deine Fragen und wir antworten darauf. So, in diesem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.